So, hallo! Hier waren wir natürlich wieder voller Action. Und haben gerade Saruman einen auf den Deckel gegeben. Und ich weiß aber nicht... So, und zack, und zack! Ja, das ist doch recht schwierig, das Spiel. Aha, so funktioniert das. Okay. Oh, 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 au, 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 au! Nimm das! Ich weich einfach mal aus. Ja, ausweichen, ausweichen, ausweichen! Mein Gott, ich... Nein, hey, ich bin alt! Ich bin kein Profisportler mehr. Au! Au! Ah, ah, Hilfe! Wer hätte nicht, wer hätte, wer wollte nicht mal Saruman eine auf die Fresse hauen? So. Wieder schön ausweichen, den Feuer bellen. Wamm, wamm, wamm. Ja, 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 jetzt hör mal auf. Jogging, jogging, jogging. Ja, 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 ja. Petos gewissermaßen, vorher haben wir die Fitnessruge angemeldet. Ja, noch, ich muss das noch machen. Ich habe dir die Möglichkeit geboten. Mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Ja, das war wieder mal krass. Wir haben hier wieder... Oh, wir können hier speichern. Na, das machen wir natürlich. Damit müsste ich ja jetzt schon die Folge beenden. Na ja, gut, nee. Machen wir natürlich nicht. So, und wie können wir jetzt das Schachbrett oder was das ist, können wir hier ablegen. Ah, und dann können wir das hier wegschieben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß gerade nicht, was ich tun muss. Ach, so funktioniert das. Ah, ja. Man muss hier auch noch Lego spielen. Was ich sehr interessant finde, das Konzept. So, wir machen hier alles kaputt. Was bringt uns nichts. Ah. Ja, es bringt uns nichts. Weil ich natürlich wieder zu blöd bin. Ja, da können wir nicht alles einsammeln. So, jetzt aber. Geronimo! Wir haben ja jetzt in der letzten Folge hier schon mal diese Schleichmission gehabt. Oh, oh, oh. So, Sam kann wieder Pflanzen wachsen lassen. Was ich natürlich sehr geil finde. Ja, ich schiebe hier Rode vor mich her. So, und wieder Pflanzen wachsen lassen. Wie in der letzten Folge. Oh. Ach, da habe ich gedacht, das ist vielleicht wenig. Aha. Zusammen hat es drauf. Oh. Aha, da kann man dann angeln. Wir haben ja natürlich hier einen Angler unter uns. Die wir alle wissen. Aber ich mache jetzt mal wieder. Im Alter Hackenslay nennen wir alles platt. Na, der hat es ja natürlich nicht. Der hat es. Aber auch natürlich alles kaputt. Das ist ja Hackenslay. Äh. Ah, Mist. So, jetzt aber Konzentration. Ich muss sagen, ich zog ja nicht so oft mit dem Xbox-Controller. Daher ist es immer etwas schwer. Äh, eine Krabbel. Ih. Hilfe. So, und jetzt? Was kann ich mit der Krabbel machen? Ah, dagegen werden. Oh. Hier hin. Haha. Oh, ich bin jetzt. Ich hasse Spinnen. Sand kann in der Erde graben. Äh, äh. So. Moment mal. Ich muss mal kurz die Intensität, das Joystick etwas schwächer machen. Wird er stärker? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal jetzt so aus. So. Oh, Bienen. Oh. Das kann natürlich jetzt schmerzhaft für ihn werden. Aha, yeah. Fette Bienen. Aber wirklich fette Bienen. Ticke fette Party. Oh. Was ist das? Hm. Nichts, dass ich weiß. Was ist das jetzt? Was habe ich da kaputt gemacht? Wohl nichts ist von Belangen. Sehr schön. Wie findet ihr es eigentlich, dass ich, ähm, jede Folge wieder begrüße und verabschiede? Findet ihr das angenehm? Oder soll ich das wieder lassen? Ja, 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 ja. So, jetzt müsste ich aber das wohl gerade sagen, dass ich das jetzt mal langsam gepackt habe. Der schwarze Reiter hat irgendwas gesucht. Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bray. Hm. Bockenburger Fähre. Folgt mir. Lauf! Lauf! Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, aber ich laufe jetzt einfach mal. Oh, jetzt sind es schon zwei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt sind es drei. Es ist irgendwie ja unrealistisch, dass, dass Frodo schneller ist als die mit dem Pferd. Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine Brücke. 20 Meilen. Und Level abgeschlossen. Freie Spiel, freigeschaltet. Frodo, Auenland. Ferry. Pippin. Neue Charaktere zum Kauf verfügen. Ach, man kann die kaufen. Ich habe immer Kampf gelesen. Ach ja, das finde ich natürlich nicht mehr Sinn. Oh. 100%. Neue. So. Ach und ab kann man dann auch die Teile benutzen. Natürlich. Ich verstehe. So. Weil die letzte Folge etwas länger, also die Folge davor etwas länger war, wird die hier jetzt etwas kürzer. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und ja. Viel Spaß. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.